Willkommen zu Farming Simulator 2013 Extreme Edition. Wir bauen natürlich eine scheiße Malichter in diesem Spiel. Joah! Wohohoho! Hilfe? Hm, warte mal, das ist perfekt! Das ist doch schon fast perfekt! Oh oh! Wird schon schief gehen. Wie man hier sehen kann, völlig realistische Physik. So realistisch, dass es halt eine Tagung klebt und ich verstehe! Was die Entwickler sagen, würden wir denn jetzt hier sehen? Gar nichts, sie sehen das nicht. Es ist ein... Du hast den ganzen Unimog auf deiner Gabel, samt... Ui! Ich auch! Yay! Do a Berry Roll! Yay! Genau! Genau! Wow! Wohohohohoho! ねぇ- Zeh- Nicht der gewünschte Effekt. Ähm, ähm, die streiten sich grade. Guck mal! Ja, was... Ich gewини! So und jetzt müssen wir die Mehlmaschine Neuer Rekord Und BAM Oh man, jetzt liegt die Sehmaschine auf den Kopf Es ist immer noch ein Mähwerk Und meine hier Knacki, Knacki, Nabazaki Unterschenkelbruch Vielleicht zeigen wir eine Sekunde normales Gameplay Eine Sekunde Oder zwei Okay, ihr seht ab genau Jetzt fünf Sekunden Gameplay So und das war das normale Gameplay Ja und jetzt geht's weiter Ich nehme sie einfach so Nicht der gewünschte Effekt Ja mach mal So Ladung lösen Nein Was ist hier los Das sieht aus dieser Luftballons Mama, halt meinen Luftballon fest Jui Ich konnte es nach vorne wieder anhängen Wäm Jetzt hat man den zweiten Unimog auf den Kopf gestellt Wie man einen Unimog transportiert Oder Beziehungsweise wie man einen Unimog nicht transportieren sollte Oh nein Ja, anhängen Ich komme nicht mehr weg Ich habe mich hier festgenagelt Im Wasser des Wortes Doch Schweb, schweb, schweb Schweb Wui Wui Was haben wir hier eigentlich von dem Kloß erschaffen? Was ist hier los? Was ist hier los? Ah Nein Vielen Dank fürs Zusehen Nicht vergessen Irgendwann Ende Oktober Anfang Äh Was kommt nach Oktober? November Oder? Achso, du kannst mich ja nicht nicken sehen Ähm Gut dann Also Ende Oktober Anfang November Fami Simulator 2015 Mit Holzhacken Und Geilheit Und äh Auf unseren Kanälen Ich bin Dexter Und tschüss Und tschüss